Es hätte eine Lappalie sein können. Vergangenen Oktober stellt Serdar U sein Auto vor einer Garage in Bad König ab. Mit dem Besitzer der Garage kommt es zu Streit und Handgreiflichkeiten. Doch die eigentliche Eskalation folgt am Tag darauf. Serdar U kommt zurück mit seinem Freund Hassan B. Vor Gericht sagen sie heute, sie wollten sich entschuldigen. Laut Anklageschrift ging es den beiden aber um Rache. Hassan B. zieht seine Pistole. Zwei Männer kommen mit Schussverletzungen an den Beinen. Ins Krankenhaus. Es handelt sich hier um ein relativ unübersichtliches und dynamisches Geschehen. Unter Beteiligung von einigen Personen. Und einfach die Rekonstruktion dieses Geschehens, so wie es auch tatsächlich passiert ist. Das ist eine Herausforderung, aber auch unsere Aufgabe. Und wir haben einige Beweismittel zur Verfügung, die herangezogen werden. Im Verlauf jetzt auch der Hauptverhandlung. Allein heute hatte das Gericht fast 20 Zeugen geladen. Ende Juli wird das Urteil erwartet. Hassan B. drohen bis zu elf Jahre Haft.